Ja hallo und willkommen zurück. Ja wir haben drei Kredite zu laufen. Genug Geld. Ich glaube wir werden einfach noch mal neu starten. Kann ich das noch verkaufen? Nö. Ich glaube wir werden trotzdem erstmal noch mal neu starten. Das sollen wir definitiv tun. Das ist mir jetzt hier oben erstmal aufgefallen. Gibt es zu viel Personal? Ich habe zu viel Personal. So. Ähm. Ja. 1000 Euro weg. Zack weg. Okay. Wir brauchen erstmal eine Standardeinrichtung. Die Fliegerhütte. Ähm. Bei Forschungszentren. Bei Forschungszentren. Äh. Pausenraum. Da hin. Da hin. Habe ich. In der Werkstatt. Ähm. Also wir brauchen definitiv. Zwei Zoopfleger haben wir. Zwei Tierpfleger. Zwei Techniker. Herzbeamten. 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 Zwei. Zwei werden hier auf jeden Fall. Und Ausbilder. So. Arbeitsraum. Äh. Arbeitsbereich. Zack. Zack. Gut. Alle Mitarbeiter. Arbeitsbereich. 1. Mit diesem Level hier echt. Wie gesagt. Unsackbar schwer. Weiß ich warum. Ich finde ihn echt. Unrassbar schwer. Wir brauchen auf jeden Fall Getränke. Nötstand. Dahin. Das auch wieder einpflegen. Gut. So. Ist das eine Barriere? Mö. Oder? Bauplan. Wir haben doch hier hinten so viel Platz. Wir besorgen uns erstmal Tiere. Erstmal einfach Tiere besorgen. Genau. Stark. Jetzt haben wir hier erstmal alles voll. Ähm. Wollen wir müssen weg. weg. Okay. Barriere. Kleines Gästetor. Ja. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen. Gucken an Tiere kostenfrei. Geil. Oder? Was ist das? Spawner? Kann ich? Ein paar auswählen. Ähm. Ja. Wir sollen ja hier durchgehen. Nicht geil. Nicht geil. Okay. Ah. Ah. Ich weiß gar nicht ob ich ein Terrarium brauche. Ich werde jetzt erstmal hier das Massengehege hinsetzen. Damit bin ich ganz gut gefahren. Ja. Was habe ich heute denn? Hier. Achso. Doch. Äh. Barriere. Wer da generell schon mal Tiere drin haben. Oder einfach reinschmeißen können. So. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass das Geld nicht flöten geht, ne? So. So. Das erste Gehege muss ja halt entstehen. Wir nehmen. Gut. Nee. Fleisch kommt hier nicht rein. Kommt das rein. Hier ist auch noch das. 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 Gut. Hm. Das Bereich. Zack. 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 Eins am anderen. Gut. Ähm. Negativen Einfluss. Dass wir das Ding schon mal wegbringen. Wir brauchen Tiere im Zoo. Wir brauchen einfach Tiere im Zoo. Sag mir das doch. Ähm. Zebra. V. Schau. Raus. Schönen. 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 Hä. Habe ich noch gar nicht. Ähm. Ja. Habe ich noch gar nicht. Dass wir da schon mal die Kosten reduzieren. gut 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 Bildung und und ähm ja nicht raus V und erst mal dahin 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 Gebra 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 da hin dahin dahin gut Dampflok so wie geht's euch Lebensqualität ähm können wir noch irgendwas forschen tack tack nice Glas. Hier kommen zwei Arten rein. Technikforschung fertig. Sehr schön. Ja, wir müssen halt jetzt ein bisschen aufs Gate gucken. Wir brauchen eine männliche. Ne. Geben wir noch eine weibliche. Schnell handeln. Haben wir nicht. Haben wir denn... Irgendwas in Richtung Schuppentier. In Alberta haben wir beides. Eine Galapagos in beides. Dass wir jetzt auch noch... Zack. Zack. So senden. Was hätten wir? Veterinärforschung. Gut. Bildung. Nein. Alberta. Das Gehege noch ausrüsten. Müssen viele Tiere denn haben, dass sie sich... Ähm... Galapagos. Galapagos. Gehege... Galapagos. Kein Strom. Okay. Äh... Ja. Gut. Ähm... Art. Äh... 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 Blachtdach... Man... Nichts Größeres. 8x8. Oop. Zack. Flacherfuck. Futter. Gehegzeug. Das haben wir noch nicht. Doch. Wissen was. Fertig. Gut. Ähm... Hier kommt man nach da. So. Kann Gehege nicht erreichen. Das kriegen wir hin. Jetzt? Kannst du jetzt das Gehege erreichen? So. Gut. Hier hätten wir das. Hier geht es euch. Lebensqualität, das passt. Super. Weil ich verspiegelte Dinger haben möchte. Ähm. Weibliches Schuppentier noch. Männliches. Nicht viel. Ströße haben wir. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm. Zebra. Hygiene. Hygiene ziehen. Ähm. Das schmeißen wir da noch mit rein. Wo wir dabei im Bildungswert sind. So. Und... Das. Das. Und... Und das. gut wir sind leider die wohlbefinden weil ich verspiegelte scheiben haben möchte okay wir müssen mal ein bisschen nachgucken nach nachdings nach löwen ticketpreise 10 und 8 muss irgendwie an geld kommen das ist halt das ding so da kann man alle tiere die sich ein bisschen gestört fühlen kann man dann mit sichtschutzscheiben ausstatten möchte dass sich das alles so ein bisschen diese eine ecke hier konzentriert so schmeißen wir hier die hygiäne rein ach so gar kein gehege ha 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 geil dahin wochen gut wir brauchen mehr geld da ist kein mensch gegen hier reichen das muss ich noch einfügen so und fleisch wir brauchen das wir brauchen eine unterkunft hier viel spaß so gut das aus gut den arbeitsbereich so 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 haben wir jetzt ne einwegfenster haben wir noch nicht ähm zack 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 dann wird ein wohlbefinden gut äh däp 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 ich mache hier nochmal ein infozentrum hin so ja es ist halt wichtig dass wir machen okay wie geht es mit den tieren aus ähm das haben wir jetzt schon irgendwelche löwen kann ich mir nicht leisten gut ähm drücksetzen haben wir chinesische Puppentiere hier ja ganz viele okay blauer V dies das ne die Einrichtung hat keinen Strom ja das ist erstmal nicht das Problem negativer Einfluss ja solange wir ähm das hilft uns auch erstmal da haben wir das gut sehr sehr geil ähm Veterinärforschung was war das damit etwas von irgendwas gefressen ähm okay mh ja das müssen sie alle es kommt genau habe ich jetzt Einwegdinger sag einmal rum andersrum fuck jetzt müsste es denen ja besser gehen so so chinesische Schuppentiere weibliches hat man männliches okay ähm bestafrikanischer Löwe haben wir nicht bei hier brauchen sowieso noch Tiere warum kaufen wir kaufen wir knallen wir dich jetzt hier hin brauchen wir ein bisschen größeres bisschen mehr Platz nehmen wir hier Barriere ach denen ist das egal zack so 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 gucken wir gleich was für Bildungswert kommt ja komm schon äh da hin okay da hin ich nicht Forschung gut du bist jetzt entlassen mehr Strom werde ich hier an sich ja auch nicht brauchen Grizzlies. Müssen wir mal noch westafrikanische Löwen konzentrieren. Kann man nicht. Ich will nicht viel Mühe rum. Wir brauchen Baupläne. Wir brauchen das da. Grizzly. So, wie geht es meinen Tieren? Was ist das, was ist das? Das, was ist das? Bildungsbewertung. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Jetzt haben wir acht Tiere. Richtig. Ach, drei fehlen noch. So, Bildungsbewertung. Wir machen das mal schnell. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Wir müssen mal wieder reingucken. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal. Westafrikanische Löwen haben wir nicht. Gut. Ne, haben wir ja schon. Hinten sterben. Abkreuzung der Wälder. Vermästizierung. Haben wir schon. Äh. Gut, was muss. Übernutzung. Tatwiederherstellung. Regulation der Ozonschichte. Gut. Nein. Bis dahin. Und einmal hier hin. Gut. Sollt der Bildungswert ja hochgehen. Geste, dass die Ticketpreise sehr günstig sind. Fünfzehn, zwölf. Hätten wir das. Das hätten wir. So, Mitarbeiter. So, zack. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Den geht's gut. So, Schuppentier. Können wir damit dienen? Das. Haben wir. Zebras. Haben wir Zebras nicht schon? Nö. So, haben wir. Aber wir schmeißen die trotzdem noch rein. Also, wir machen das, 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 das. Gut. Äh. Jetzt müsste der Bildungswert ja langsam noch umschießen. Gehege. Temperatur. Oh Gott. Regen mag. Wir gar nicht. Äh. Oh, Gelände. Äh. Was lang. Ein bisschen Sand kann noch rein. Gut. Oh. Okay. Ähm. Hier Milf. Oha. Warte an. Tag. Gut. Mitarbeiter schulen. Ähm. Da. Auch noch einen weiblichen westafrikanischen Löwen. Nee. Westafrikanischer Löwe. Kann man nicht. Okay. Ich brauche ein weibliches Schuppentier. Wäre auch cool. Okay. Okay. das das ja wir müssen jetzt auf die zusehen das war die ist ja noch ein stück hochkriegen eventuell noch ein weiblich schuppentier perfekt ohne löwe brauche ich nicht anfangen gut eingang hierhin hoffe das reicht von der fläche werde ich das haus noch mit reinnehmen und dann passt das schon okay arbeitsbereich wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis denn ciao